Herzlich Willkommen! Ich möchte euch heute das Spiel Future vorstellen. Future wurde im Rahmen eines Erasmus Plus Projekts entwickelt und richtet sich vor allem an junge Menschen, die kurz vor dem Einstieg ins Berufsleben stehen. Wir werden heute mit einigen Aufgaben konfrontiert sein, die euch an die Jobs von morgen heranbringen sollen. Hier befinden wir uns bereits in der ersten Spielumgebung, wo wir unsere Sprache einstellen können und erste Instruktionen erhalten, wie wir uns im Spiel verhalten können und wie wir interagieren können. In diesem Spiel werden wir immer wieder auf Objekte treffen, mit denen wir interagieren können und die uns gewisse Informationen mitteilen. In diesen Info-Buttonen erhalten wir erste Informationen und werden begrüßt in dieser virtuellen Welt, in der wir als Avatar teilnehmen. Dieses Spiel wird uns weiterhin bis ins Jahr 2050 führen, wo wir die Zukunftsarbeit erforschen können. Die Zukunft wartet auf uns. Unser Abenteuer beginnt in der Bibliothek. Wir treffen dort auf Aeon. Sie teilt uns eine Nachricht von Professor Hawking mit. Dort steht, wir werden in der Zukunft benötigt. Wir müssen also in die Zukunft reisen, doch bevor wir uns auf diese Mission begeben dürfen, müssen wir uns zuerst hier in der Gegenwart als würdig erweisen. Um dies zu tun, müssen wir uns zwei Herausforderungen stellen. Sie bestehen darin, Quellen und Bücher auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu überprüfen. Nun erhalten wir mehrere Hintergrundinformationen, die uns helfen, zu unterscheiden, welche Quellen seriös sind und welche unseriös sind. Anhand dieser Beispiele können wir nun entscheiden, auf welche Quellen wir uns in unserer Auseinandersetzung mit der Zukunft stützen können. Mit diesem Wissen können wir uns der ersten Aufgabe widmen. Hierfür klicke ich auf ein Bücherregal. Nun erscheint die Aufgabe. Ich muss mehrere Büchertitel unterschiedlichen Bücherkategorien zuordnen. Die Kategorien sind Esoterik, Science-Fiction, Technologiebücher und Studien. Der erste Titel ist die Zukunft der Arbeit. Sie ist eindeutig eine technologische, wissenschaftliche Arbeit. Nachdem wir nun diese Aufgabe gelöst haben, können wir zu der zweiten Aufgabe übergehen. Die neue Aufgabe ist nun, aus einer Gruppe von Büchern die glaubwürdige Quelle herauszufiltern. Nachdem ich auch die zweite Aufgabe gemeistert habe, teilt mir Aeon mit, dass die Zeitmaschine draußen auf mich wartet. Ich begebe mich jetzt auf den Weg zur Zeitmaschine. Durch das Klicken auf den roten Knopf aktiviere ich sie und ich bin gespannt, wo sie mich hinführt. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns jetzt in der Zukunft. Ich habe eine Nachricht von Professor Hawkins erhalten. Ich bin im Jahr 2050. Auch in der Zukunft muss ich mehrere Probleme lösen. Professor Hawkins stellt mir mehrere Fragen in Bezug auf die Arbeitswelt von heute und morgen. Eine Frage lautet beispielsweise, welche Bedeutung die Technologie für die Zukunft der Arbeit hat. Um die Fragen zu beantworten, können mir die angebotenen weiterführenden Informationen helfen. Hier geht es unter anderem um die Themen der Beschäftigungsentwicklung, der sozialen Transformation, demografische Trends und Auswirkungen der Bevölkerungsalterung. Nachdem ich die Fragen beantwortet habe, werde ich zur nächsten Mission teleportiert. Ich habe nun die Möglichkeit, mich mit dem humanoiden Roboter Herr zu unterhalten. Er erklärt mir, dass wir uns nun im futurologischen Forschungszentrum für Arbeit befinden. Er weist mich auch darauf hin, dass die nächste Aufgabe im zweiten Stock auf mich wartet. Es ist nun das Ziel, verschiedene Berufe der Zukunft notwendige Fähigkeiten zuzuordnen. Beim ersten Bild wird mir beispielsweise der Beruf des Maschinenführers für automatisierte landwirtschaftliche Geräte angezeigt. Seine notwendigen Fertigkeiten sind kritisches Denken und Problemlösen, Kundenorientierung und Umweltbewusstsein. Nachdem ich allen sechs Berufsbildern die richtigen Fähigkeiten zugeordnet habe, werde ich erneut in den nächsten Raum des Instituts teleportiert. Herr gibt mir auch hier die Anweisungen für die nächsten Schritte. Er fordert mich auf, verschiedene Berufe auf ihr zukünftiges Fortbestehen zu überprüfen. Mir werden 16 Arbeitsplätze angezeigt und für jeden dieser Berufe kann ich auswählen, ob dieser bestehen bleiben wird oder automatisiert bzw. verschwinden wird. Teleportation scheint ein wichtiger Bestandteil der Zukunft zu sein. Automatisch befinde ich mich im nächsten Raum. Meine Mission ist es nun, eine Botschaft aus der Zukunft zu formulieren, die sich an die Menschheit aus dem Jahr 2020 richtet. Alle wichtigen Informationen aus der Zukunft werden darin gebündelt. Nachdem ich die Lücken mit den entsprechenden Wortbausteinen gefüllt habe, gratuliert Herr mir, dass ich nun für die Gegenwart gewappnet bin. Mit meinem gesammelten Wissen mache ich mich auf den Rückweg. Zurück in der Gegenwart angekommen, treffe ich in der Bibliothek auf der E.ON. Sie teilt mir die letzten beiden Aufgabenstellungen mit, in denen ich mein in der Zukunft gewonnenes Wissen für die Gegenwart nutzbar machen kann. Zu meiner nächsten Aufgabe gelange ich, indem ich auf den Link klicke. Dieser leitet mich auf eine Website. Dort erhalte ich die Möglichkeit, mich mit meiner eigenen Vorstellung eines Berufs der Zukunft auseinanderzusetzen. Ich kann mir selbst überlegen, ob ich meine Ideen als Video, Präsentation oder Text darstellen möchte. E.ON teilt mir mit, dass sie meine Ideen in der Bibliothek für die Zukunft aufbewahrt. Bevor sie sich bei mir verabschiedet, gibt sie mir den Hinweis auf meine allerletzte Aufgabe. Dafür muss ich in den zweiten Stock und den Computerbildschirm finden. Oben angekommen, klicke ich auf das Display mit dem Future-Logo. Ich habe die Möglichkeit, meinen zukünftigen Ich eine Botschaft zu schreiben. Ich werde auf eine Website weitergeleitet. Dort kann ich entscheiden, in wie vielen Jahren ich die verfasste Botschaft erhalten möchte. Ich schreibe also auf, was ich meinem zukünftigen Ich sagen möchte. Und klicke auf die Jahreszahl, wann ich die Botschaft erhalten will. Nachdem ich fertig bin, schließe ich den Browser und kehre jetzt zum Spiel zurück. Meine Reise ist an dieser Stelle zu Ende. Ich habe alle Missionen des Spiels erfüllt und kann, wenn ich noch möchte, mich in dieser virtuellen Welt umziehen oder das Spiel beenden. Wenn du weitere Informationen zu dem kostenfreien Spiel und zum Projekt erhalten möchtest, dann klicke auf den eingeblendeten Link oder folge den Hinweisen in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf dich in der Zukunft.